Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich euch zeigen wie ihr die Valorant Drops bekommt, die Valorant Keys für Valorant Beta. Wird schon öfter mal gefragt wie man die bekommt und ich dachte mir ich mache jetzt einfach mal ein kleines Video bzw. Tutorial darüber. Ich werde euch erklären was ihr machen müsst damit ihr den Key bekommt oder die Chance habt den Key zu bekommen und euch dann ja Valorant zu laden zu spielen. Als erstes braucht ihr natürlich ein Twitch Account wenn ihr das dann habt. In dem Twitch Account geht ihr oben auf euer Bild, denn auf Einstellungen und in Einstellungen geht ihr auf Verbindungen. Dort müsst ihr euer Ride Games Konto, wenn ihr schon mal LOL gespielt habt habt ihr ein Ride Games Konto und natürlich verbinden dann sieht ich das so aus oder ihr stellt euch ein Ride Games Konto und dann verbindet ihr das. Nachdem ihr das gemacht habt müsst ihr diese deutschen Streamer einen von diesem anschauen bzw. es gibt auch internationale Streamer. XQC streamt auch. Ihr müsst mindestens zwei Stunden diesen Stream schauen und dann seht ihr hier in den Stream Drops aktiviert. Das müsst ihr beachten. Nach diesen zwei Stunden bekommt ihr entweder eine Twitch Benachrichtigung, dass ihr den Key erhalten habt oder eine E-Mail. Da müsst ihr jemals gucken. Ich habe damals gar keine Benachrichtigung bekommen. Ich habe nur eine E-Mail bekommen und falls dies nicht passiert, bekommt ihr wahrscheinlich eine Benachrichtigung, dass ihr auf einer Liste seid. Das heißt nach diesen zwei Stunden die ihr geschaut habt, kommt ihr auch auf eine Liste, weil gerade so viele Leute diese Stream schauen. Ja, Ride Games da nicht mehr hinterher kommen, diese ganzen Keys rauszugeben. Deswegen kommt ihr wahrscheinlich auf eine Liste und werdet dann vielleicht benachrichtigt, dass ihr auf einer Liste seid oder so. Ich weiß es nicht. Einfach Geduld haben und ich wünsche euch viel Glück. Ja, ich hoffe euch hat dieses Tutorial geholfen. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr ein Key bekommt und wenn ihr durch dieses Video jetzt es geschafft habt, einen Key zu bekommen, würde ich mir auch freuen, dass ihr das mal in die Kommentare schreibt. Ja, und dann will ich mich tatsächlich über ein Like und ein Abo freuen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Viel Spaß, viel Glück, dass ihr den Key bekommt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.